schweiß Mama, 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 Mama. Du bist der Junge. Ich glaube, der wird irgendwann mal ein neues Magubator oder so. Der lacht doch jetzt schon wegen dem Scheiß. Seine Hackel ist cool, ja? Seine Hackel ist cool. Was riecht, ne? Der lacht voll so künstlich irgendwie, ja? Der Axt verhielt. Ja? Ja? Der Axt verhielt. Ja? Der Axt verhielt. Ja? Der Axt verhielt. Der Axt verhielt. Der Axt verhielt. Der Axt verhielt. Ich bin wie aufgeholt. Echt jetzt? Ah, oder nicht? Wo denn? Das war so ein Spitzer. Ach so. Und wie war der so? Ein bisschen langweilig. Der Axt verhielt. Der Axt mit dem Axt. Ja, dann kannst Du ja nichts machen. Komm dann. Ich versuch da draufzugucken, damit du vorstellt. Nee, der Axt verhielt. Ich bin ein Axt. Das ist der Axt. Nein. Ja, das ist der Axt. Der Axt. Du bist der Axt. Was? Schingen. Jo. Was hat der gemacht? Dann kommt mal die Rutschmacht. Hallo. Noch voll ernst? Nein.